Ist der Pool nah genug dran? Brauchst du nicht? Die Pflanzen wachsen schon. Warum auch immer. Scheinbar ist der Pool nah genug dran. Ja, ja, klar ist der Pool nah genug dran. Du kannst doch mit deinem Rode, ja, mit deiner Rode, kannst du das gucken, verstehst du? Ja, ja, kann nicht. Hab ich es aber nicht. Ja, dann brauchst du keinen Pool und keinen Spreader mehr. Wir müssen aber noch die Hopperhocke und wir brauchen einen Redstone Mana Spreader. Ja, aber das machen wir jetzt aber, äh, ja, das, ja, das müssen wir hier jetzt nicht machen. Das müssen wir nur oben machen. Hier können wir noch per Hand fahren. Jetzt brauchen wir nur die Pflanzen. Ja, aber ich kann trotzdem schon mal vorbereiten, dass wir einen anderen Spreader haben. Ja, ja, ich kann dir auch noch Hopperhocke bauen. Oh, ihr Light Grey ist schon mal gut. Das ist schon mal gut. Schon mal das erste von dem, was ich brauche. Vorbereiten für was für die nächste Woche? Was für Erd, sie brauchen wir eigentlich vor allem so. Für, weiß ich nicht, wenn wir das da oben hinbauen oder das mal so. Okay. Wirklich, ich habe mir kein Gold. So. Was habe ich gesagt, brauche ich? Hopperhocke. Light Grey. Jetzt sehe ich erst mal, was für eine geile Schraube von mir. Ja, ja, das ist mir schon klar. Ich wollte wissen, welche... Jetzt realisiere ich das erst, was das zu Ende ist. Wieso, was ist das zu Ende? Du hast ja gesagt, das ist wirklich ganz schön. Ja, das habe ich aber nicht registriert. Job, 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 job. Job, job auf meinem, äh, Beatshawks. Äh, hier muss ich hin. Wirklich? Was denn, jetzt schon wieder? Achso, ich brauche ein ganz normales Petal. Kein Mana-Petal, upsala. Achso, hier ist gerade keiner. Stupid. Ich brauche Grau, aber ich brauche keine Grau. Ganz hier ist nur Light Green. Light Green und Schwarz. Wir haben jetzt nur ein Ding, wir müssen irgendwie auch einen guten Weg haben, wie wir auf die zweite Insel kommen. Wo bist du denn gerade? Auf der zweiten Insel? Nein. Verdammt. Guck nach unten. Ja, auf die zweite Insel, einfach, äh, runter, also wenn da unten dann irgendwo ein Teich ist. Also ich bin dafür, dass auf jeder Insel ein kleiner Teich ist. Ja, ja, aber momentan ist der Abstand noch zu weit weg. Aerial Faith Plates. Aerial Faith Plates. Was? Ich hab nur Aerial Faith Plates gelesen und, äh, gehört und... Das sind die Dinge aus Portal, die dich in eine bestimmte Distanz weiterschicken. Und du kannst in denen einstellen mit Rechtsklick, ähm, die Power und so weiter und so fort. Können wir die bauen, haben wir alles dafür? Ja, wenn du auf CD in den Farmen gehst. Seh dich nur nicht. Äh, nein. Ja, dann nicht. Außer, außer wir hätten jetzt schon Terror-Stil, dann würde ich, äh, ob CD in die Farmen gehen. Wir hätten jetzt schon Terror-Stil, what? Ja, dann würde ich, äh... Ja. Hm. Hab ich, ich hab keinen Wonder of the Dings da. Nicht? Hast du meinen, so lange an? Nein, ich kann mir sagen, dass die Wonder of the Dings da... Weil ich seh dich nämlich auch nicht auf der Map. Ich hab übrigens die Portal dann gefunden. Von, von Blaze. Ja, awesome. Dann kannst du deine ja wieder... Dies hier in der Kiste. Ah, ne Schiere, das wollte ich haben, genau. Das ist das Problem, ja. Seh dich noch nichtmals in der Map. Ich brauche Gras, weil ich es mag. Ich bin halt außen. Ich brauche Gras, weil ich es mag. Ich habe Gras, weil ich es mag. Ich hab mir an den Kaktus den Finger aufgestochen. Ein kleiner grüner Kaktus. Jetzt blute ich für immer. Holla-di, holla-do, holla-di. So, das haben wir auch. Was brauch ich noch? Hose? Wolltest du nicht Leder haben? Ne, auch nicht Leder. Ja. Ich sag, ich frag immer erst viel zu spät nach Sachen, die ich hab will. Achso, weil ich hatte gesehen, an den Feldern in der Kiste sind neun Leder, deswegen. Okay. Töö, wie gesagt, ich frag immer viel zu spät einfach. Ich brauch Cobblestone, ich hab keinen Cobblestone. Wer hat Cobblestone? Ja, kein Cobblestone. Cobblestone, Teppichsfeder und Dings. Ah, da, wir haben Cobblestone Generator. Ich bin ja auch blöd. Mabblestone. Ah, ich hab hier auch mal schlafen. Ah, hier hab ich meinen Schalsack verloren in der Hungry Note. Ja. So, ich hab, ähm, den, der Redstone-Manner-Spreader ist aufgesetzt und wir brauchen nur noch am Hebel zu ziehen und alle Blumen poppen weg. Flöpflöp. Das ist sehr schön. Solltest du das mal ausprobieren? Mach doch. So, jetzt sehe ich dich auch wieder. Was hast du gemacht? Achso, okay. Hast du zufällig eine Fehl... Hast du zufällig eine Fehl... Oh yeah! Es sind gar nicht alle weggepoppt, aha. Ja, aber pracht. Juhu! Hast du zufällig eine Fehlder dabei? Ich brauche keine. Bring dich erst mal durch deinen Wasserfall. Wenn du keine brauchst, wieso? Ich brauche eine, ich habe keine. Achso, ich habe verstanden. Ich brauche keine. Ich muss doch nur eine Luftruhne machen für den Hopperhawk. Ja, ich gebe dir eben... Ich habe eine Fehlder. Ich bin schon unterwegs hier. Kisten suchen. Von der großen Insel bin ich runtergesprungen. Und bin jetzt mal durch deinen Wasserfall durchgekommen. Ich habe eine Fehlder. Anstatt im Wasserfall nach oben zu schieben. Ah! Dieser eine Grabstein, der ist shit platziert. Weil man da immer drin hängen bleibt, wenn man nicht rausgehen will. Warum steht er nicht hier? Genau, so. Danke, endlich ist er weg. Der Grabstein hat mich so aufgeregt. Ja, mich auch schon. Ja, mich auch. Und ich dachte mir, hoffentlich macht den irgendjemand mal weg, damit ich das nicht machen muss. Ja, da kennst du mich doch. Rabiat wie eh und je. Ja, ja. Wo ist denn meine Wart? Da. Wand. 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 Oh, ich bin gerade in Bind-Mode. Uh, Bind-Mode ist ja grün. Cool. Geil. Haben wir noch so einen Stein, müssen wir hinten haben, ne? Jo. Such mich nicht, Saskia. Ich brauche wieder Dreck. Ja, aber ich habe noch jede Menge. Ach, kann man schon mal drauf machen. Deswegen, das wollte ich eigentlich gerade sagen. Du kannst ja ein, zwei Schichten mal gerade oben drauf tun. Den Rand um eins erweitern auf der nächsten Höhe. Kann ruhig unregelmäßig sein. So. Du hast nicht so viele Samen noch dabei, oder? Samen? Hose. Hast du irgendwas dabei? Ne, ich habe gar nichts dabei. Das ist... Weiß nicht, also kommt noch an, wie viel Zeit... Ah, sag mal. Hat voll Ahnung, hat nichts dabei. Von der Kiste nichts mehr drin? Wir sind da noch. Hallo Gunstack. Was? Wo? Hast du es ausgenommen oder was? Nein. Oben? Oh, Phil. Ach, da. Ah, der wird eine andere Farbe als in der anderen Modpack. Scheiße, hier. Da haben die denn eine andere Farbe. Die Samen sehen immer gleich aus. Nein. Echt. Echt. Oh, ich habe den Stein wieder aufgehoben. Cool. So, ich ist fertig. Suppe ist fertig. Das wird der Suppe mal weiter. Ja. Das wird der Knaller, ey. Das wird der Knalle. Wo ist denn hier der Suppe? Oh, es ist doch kein Wasser drin, ey. Wo ist mein Wassereimer? Sollen wir nicht, du hast jetzt keinen Eimer dabei. Doch, sogar mit Wasser schon drin. Warte, guck mal. Dann ist gut. Dann ist gut. Eine Kiste hätten wir vielleicht vorher noch machen können, warte ich mal eben eine Kiste. Ja, die brauchen wir auch auf jeden Fall. Hast du die Chance aufgehoben? Ja. Okay. Also ich habe das jetzt irgendwie noch nicht so viel Gold. Das ist die hierhin machen und die Hoppe auch daneben. So, das sollte reichen, oder? Ja. Okay, wir zünden. Okay, wir zünden. Mach mal. Ah, noch mal. Wir sind am Blumenfeld. Ach so, dann brauchen wir da oben, da brauchen wir da oben, aber da oben brauchen wir noch eine Manaquelle dann, ne? Wenn wir das da oben machen. Das ist gut. Ja, wenn wir das nach unten oben verschieben, dieses Feld, dieses Blumenfeld. Ja. Dann brauchen wir da oben auch wieder eine Manaquelle. Ja. Ja. Ja, ich würde das ganze Ding nach oben verlegen, ich würde eine ganze Botania-Insel machen, weil warum haben wir das hier unten angefangen? Weiß ich auch nicht. Das hier unten zum Teil angefangen, für ein paar Basissachen ist ja gut, aber... Ja, ja. Sollten wir einfach das Zeug abbauen hier und nach oben bauen. Hast du schon mal da teilt? Nein. Und solltest du vielleicht vorher ein, zwei machen? Ja, komm, nee. Brauchst du einen Diamant oder eine Ender-Perle für? Ich habe Diamanten. Wir haben auch Diamanten, ja. Also Diamanten ist nicht das Problem. Oh Mann, ich war doch nicht so eckig. Nur Gold ist das Problem, ja. Wir haben überhaupt kein Gold, 0, 0, gar nichts. Echt nicht? Das ist ja scheiße. Auf welcher Ebene findet man dann am effektivsten Gold? Ganz unten, so 20 und drunter. Würde ich jetzt mal behaupten, oder 22. Ja, ich meine, Gold ist ein bisschen höher noch als Diamanten und so. Ja, deswegen sagte ich 20. Okay. War Blaze nicht am... ...überpressen... ...war am letzte Mal... ...für das AE-System. Er hat alle Rezepte gefahren. So. Weißt du, wo du siehst? Maner Pool ist auf jeden Fall immer noch voll. Also von daher... Weiß ich nicht nur, wenn man Pech hat mit dem Winter. Wow. Also das hat ganz bisschen, ganz bisschen... ...ganz bisschen nur abgezogen. Alle leer. Das heißt, hier ist keins... Oh Gott. Ich dachte gerade, ich hätte einen Angel Ring. Das ist... ...wann verschiedene... ...verschiedene Minecraft Sachen. Ich baue mal einen Timer für da oben, ne? Dass dieser... ...dass dieser Signal... ...Redzone-Dings-Signal automatisch kommt. Oh, ich würde das nicht mit dem Timer machen. Ich würde das einfach ab und zu... Warum nicht mit dem Timer? Vielleicht würde ich den Timer halt auf... ...spät... Ja, irgendwann läuft die Kiste über. Ja, das kann ja weiter dauern. Ja, da... ...dann kann man ja mehrere Kissen dranhängen. Ah. Hier sind sie. Ja, ich würde das... ...über einen Comparator vielleicht machen. Oder... Warum? Ein Timer ist auch wunderbar. Ja, weil... ...Timer verunsacht Lag. Weil... Echt? ...eine Menge. Wo la. Wie sieht es hier auf den Inseln aus? Wo sind die anderen? Ich bin auf der zweiten Insel. Oh, hi. Hi. Ich glaube, ich gehe Obsidian besorgen... ...und mache die... Äh, da ist mitten auf dem... Ja, ich siehs. Ja. Ich gehe ein bisschen Obsidian besorgen... ...dann mache ich die Aerial Faith Blades... ...und guck mal, wie die funktionieren... ...oder ob wir die dafür überhaupt benutzen können... ...oder ob wir uns sonst wohin katapultieren damit. Brauch jemanden zum Testen, da Blaze leider nicht mehr da ist. Äh, Tabu? Ich bin unter der Erde. Ich kann gerade nicht. Warte mal, für deine Fluggins-Experimente... ...bin ich doch mal zuständig, oder? Oh, stimmt eigentlich, ja, ne? Da bist du eigentlich dafür zuständig. Das stimmt. Ja gut. Brother macht das schon. Alles klar. Ich hoffe, jetzt hier ist noch genug Obsidian... ...ohne dass ich einen Eimer... ...weil ich keinen Eimer mitgenommen habe... ...weil ich natürlich ein Held bin. Und Helden nehmen nie einmal mit. Wofür braucht man einen Eimer als Helden? Richtig, richtig. Äh, als Hut? Weiße. Ich glaube, die erste Hose schon regeln müssen. Ich bin ein Helm, man. Zu wenig Fackeln. Du hast keine Fackeln? Ja, keine Fackeln. Da, da, da... So, ich brauche, äh... ...Rotstein. Das ist jetzt aber fein peinlich, hier siehst du. Ja, ich dachte eigentlich, ich hätte welche mit, aber... So, wir brauchen das hier. So, wir brauchen ein Pro-Arial-Faith-Plate, brauchen wir... So, dann brauchen wir... ...meine drei. Handy aus! Handy aus! Ach! Unprofessionell, ey! Lass mich raten, ist das dein. Nein. Nein, 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 nein. Nein, mach's auch nicht. Mach's auch nicht. Hätte ich jetzt auch gesagt, wenn ich rather wäre. Du bist aber nicht rather. Und das ist verdammt gut so. Wenn ich rather wäre, hätte ich gesagt, toll war meins. Hättest du aber das nächste Mal einen Kuchen mitbringen müssen. Echt? Ja, so funktioniert das. Ist das bei euch in der Schule, hat das dann nicht so funktioniert? Nee. Ist das schon eine Weile her, aber... Äh, ja. Wie war denn das Ding hier? Hättest du mal einmal gebaut. Ach, das ist Stone, okay. Kein Cobblestone, sondern Stone. Ach, verdammt. Er weiß schon, was du gemacht hast. Ist bei dir selber nicht mehr. Oh, ich kann ein paar... Nee, das ist immer zu viele Mod-Packs-Spiele. Ach, das war falsch. Ja, das ist echt so. Wenn du einfach mehrere Minecraft-Sachen... Ist es so schwer, da wirklich... Ähm... Ja. Wo ist der Mine? Ach nee, der andere Server. Richtig, ja genau. Oder immer, wenn du einfach doppelt Leertaste drückst. Warte, wieso geht mein Angel Ring nicht? Ach so. Ja. Weil ich ganz am Anfang bin, deswegen. Hä? Willst du fliegen, oder was? Ja. Angel Ring, Best Ring. Da ist der Angel Wings. Ich weiß es gar nicht. Angel Ring. Angel Ring, okay. Wings ist nur die MBT-Data. Reicht alle 20 Sekunden? Ja, locker, locker. Oder alle 30? Machen wir alle 30, weil du musst ihm ja auch Zeit geben, dass er ein paar Blumen spawnt. Ja. Ich denke, 30 sind wir gut dabei. Gut, apropos 30. Wirst du, was noch 30 ist? Ich nicht mehr. 30 Zentimeter. Das lass ich jetzt mal so im Raum stehen. Wo ist unser Glas? Ich guck mir jetzt mal 30 Sekunden an, ob dir alle Pflanzen, die wachsen, dann auch abhaut. Oder ob es dann irgendwann zu viele werden. Bloss. Tottel? Ja. Bloss. Ist eigentlich nur wieder Dingens. Ähm. Weiß ich nicht. Bloss. Ich werde es wahrscheinlich nicht schaffen. Oh. Was denn? Was denn? Was denn? Minecraft Regrowth mit Place. Ach so. Bloss. Morgen, ja. Ja. Oh Gott, dann stream ich ja in ganz neuem Look. Ganz neuem Look funktioniert. So. Oh, beim Friseur. Nice. Oh, nice. Ja, guck mal. Ich bin wieder total blond. Fast schon grau. Platin. Wie war es denn dazwischen? Ich dachte, eine dritte Ebene ist auch nicht. Ja, ja. So, jetzt lass mich mal hier gucken. Was ist denn hier wo? Was ist denn dazwischen? Ich gucke ja mich nicht. Was? Wozu? Rassenköter. Rassenköter war da nichts. Was ist das jetzt da unten für eine Insel? Blond mit, äh, ungelblondem Ansatz. Du kannst ja da deine Blumen riechen. Ja, für eine Blume brauche ich eine gerade Fläche halt. Möglichst. Ja, die kommt ja noch. Ich muss ja erstmal ein bisschen die Formel fliegen. Warte, bist du zufällig gerade hier oben? Ja. Willst du mal Test fliegen kurz? Warte mal, von hier aus. Scheiße. Warum, warum bin ich hier oben? Lass mich mal ein bisschen. Warte, ich muss irgendwo ein bisschen Apfelsaft trinken. Ich höre dich trinken. Okay. Einfach drüber laufen, oder was? Ja, einfach drüber laufen. Von dieser Richtung aus, oder? Ja, ja, ja. Das will ich jetzt sehen. Nee. Okay, das war falsch. Warte mal, wir brauchen mehr... Krieg ich Fallschaden da unten? Selbstverständlich kriegst du auch unten Fallschaden. Das ist super. Dann müssen wir da unten einen Teich bauen. Oder du triffst, oder du triffst das eine Wasserloch hier. Nee, wir sind weiter links. Wir sind weiter links für das Wasserloch. Das treffe ich nicht. Warte. Hier, Vertical Power machen wir ein bisschen hoch. Und Horizontal Power machen wir ja... Ja, done. Aber ich habe nicht done geklickt. Ups. Okay, jetzt noch mal. Hier muss... Da muss ein Wasserloch hin. Da, wo du gerade stehst? Ja, also... Ja, genau, da ist es nämlich... Da kommt es dann nämlich an. Jetzt ist die Frage, ob wir dann auch wieder hochkommen von da unten, ne? Also, warte mal, ich... Warum sind keine Vergangenheit auf diese Inseln hier? Ach so, was? Das ist keine Fackeln. Gib mir mal ein bisschen... Ein bisschen Erde wieder, dann würde ich einen Stinken auch... Besser wäre, mindestens... Mindestens...